Yo, Putzmann hier. Es ist jetzt, äh, ungefähr so, ein bisschen nach halb eins. In zweieinhalb Stunden muss ich aufstehen. Dann geht's ab nach München. Mit dem Roadtrip. Mit einem guten Kumpel. Dann kann ich nicht mehr pennen. Ein bisschen aufgeregt, klar. Wie oft fährt man schon nach München, wenn man nicht aus der Gegend kommt. Naja, gut. Es ist ziemlich dunkel. Ich bin ja mal gespannt, wie es heute ausgeht. Bestimmt cool. Ja, naja, gut. Ich würde wahrscheinlich jetzt gleich versuchen, weiter zu schlafen. Wenigstens für eine Stunde noch. Na gut. Deswegen, der Putzmann verabschiedet sich jetzt mal kurz und wir sehen uns heute Mittag. Schaut.